Tief im Süden der koreanischen Halbinsel liegt GFES, die Gwangyangbe Area Free Economic Zone. GFES beheimatet das größte Stahlwerk der Welt mit einem jährlichen Produktionsvolumen von mehr als 25 Millionen Tonnen Stahl und wir sind außerdem der Nummer 1 Import-Export-Frachthafen in Korea mit mehr als 300 Millionen Tonnen Fracht jedes Jahr. GFES ist auch das Herz der lokalen petrochemischen Wirtschaft und mehr als 50 Prozent dieser Industrie in Korea ist bei uns angesiedelt. Aber wir bieten die perfekte Umgebung nicht nur für Firmen im Stahl- und Chemiesektor, sondern für alle ausländischen Investoren. Mit fünf Flughäfen in direkter Umgebung, gut etablierten Hochgeschwindigkeitszugverbindungen und einem perfekt ausgebauten Autobahnnetzwerk sind wir der nahtlose Zugangspunkt für Korea und ein großartiger Hub für die gesamte ostasiatische Region. GFES bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Investment mit Steuervergünstigungen, einem internationalen Team, das Sie von Anfang an tatkräftig unterstützt und günstigen Monatsmieten schon ab unglaublichen 20 US-Cents pro Quadratmeter für bis zu 100 Jahren Mietdauer. Aber wir sind mehr als nur ein großartiger Ort für ein Investment. Umgeben von unberührter Natur und historischer Kultur ist GFES ein Ort mit dem Herz am richtigen Fleck und das Zuhause für Menschen mit viel Leidenschaft, die sich darauf freuen, Sie hier begrüßen und unterstützen zu dürfen. Besuchen Sie uns und lernen Sie mehr über GFES. Denn GFES ist koreanische Effizienz mit dem Extra Touch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017